heute war montag etwas später die sache noch ein bisschen sauber gemacht und jetzt gibt es erst ein stück und da muss ich mich heute das raum eingrufe strom Jetzt seht ihr aber, klar, mit der Powerbank, da taut mich so richtig hin. Gut hingedreht, weiß ich wohl noch nicht. Warten wir mal ab, was der Tag so bringt. Das schönste Zelt für die Käffchen. Schönes Zigarretchen dazu. Mitten in der Natur. Der Esel ist wieder gepackt. Platz sauber hinterlassen. Jetzt kann es losgehen. Um halb zwölf. Ja, ein bisschen sehr spät, aber ist ja Urlaub. Kann man ja auch mal ausschlafen. Bis auf die Strecke dann. Hier ist dann sozusagen die Ortschaft. Fliegefeuer? Ich dachte mal in Ortschaft, keine Ahnung. Ja, wenigstens startet. Halb zwölf. Sehr spät. Naja. Aber wir haben ja Urlaub. Insofern alle gemütlich. Gehts jetzt mal richtig hinaus. Oh je. Das gleich früh am Morgen. Scheiße. Kette runter. Kette wieder aufgezogen. Weiter gehts. Dann halt diese Schotterstellen hier. Hei, hei, hei. Läge. 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 Schöne alte Kirsche hier, müsste Küstrinchen sein, der Ort. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Schreibermühle, hier soll es auch einen Biwak-Platz geben. Hier befindet sich der Biwak-Platz an der Schreibermühle. Sieht auch ganz passabel aus, hätte man also auch nehmen können. Hier unten der Küstrinchenbach, der aber aufgrund Pegelstand unter 30 cm derzeit nicht beschiffbar ist. Ja, das sieht wirklich ein bisschen wenig aus. Hier ein bisschen tiefer, schlängelt sich schön hier lang. Ist derselbe Bach, wo ich vorhin auch am Biwak-Platz Fegefeuer war. Sehr schön. Wir sind die ersten 10 Kilometer weg. Wollt ihr uns gut? Die Sonne brennt nicht. Eher diesig ein bisschen. Müssen wir jetzt irgendwann mal um Getränke kümmern. Hals ist trocken. Brauchen Nachschub. Gut, bis später denn. Kölwatzermühle hier. Hier steppt der Bär. So, bin hier an der Kölbe zur Mühle. Erstmal eine Frische trinken. Und hier kriege ich um meine Wasserabfuhrräte aufgefüllt. Reiten zur Sonnentor. Mal sehen, ob die Sonnenrückner kommt. So, wir an der Kölwatzermühle verlassen wir Brandenburg und betreten Mecklenburg. Mit Schranke und Zoll. Amtmann. So, nach kurzer Bierpause an der Kölwatzermühle. Weiter jetzt Richtung Feldberg. Hoffentlich. Weißt du nicht, wo ich hier langfahre? Durch den Wald. Mal schauen. Sehr sandige Wege. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Musch wie nice. Na ja. Ja. Ein Feld voll Sonnenblumen. Und andere Seite auch herrlich. Zur Abwechslung jetzt mal wieder eine Gasse durchs Maisfeld. Der steht hoch, aber die Kolben sehen nicht toll aus. Voll ins Grüne heute getroffen. Super Schotterstraßen und dann geht das hier auch noch so hoch. Oh Mann. Na ja. Wird noch lustig. Feinste dörfliche Pflaster hier. In Leven. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Gemeinde Veltberger Seenlandschaft, wissen wir schon. Also Brandenburg schon verlassen vorhin. Na ja, klar. Ach ja je. Da wird's uns heute strecken. Nein, die war schon die. Eine Aufreihung älter landwirtschaftlicher Eräte. Und jetzt geht endlich Asphalt los. Yippie. Feldberg erreicht. Feldberg liegt jetzt hinter mir. Jetzt geht's weiter auf der Eiszeitroute. Hier geht's ganz schön steuer runter. Und jetzt hinter Feldberg am Rastplatz Reiherberg. Wunderbare Sicht hier auf den Haussee. Die kleinen Inseln da. Wahnsinn. Der Weg schlängelt sich herrlich an den Seen entlang. Jetzt erst der Haussee. Dann kommt der Lucin. Breiter oder großer Lucin. Guck. Guck. Das ist ein Weg. Guck. Ach du Scheiße. Hier sind Wurzeln. Ich muss hier laufend anhalten, erstens wegen der deftigen Anstiege und zweitens, das war ein Päuschen wieder, Eiszeitroute, hier ist es ausgeschildert. Und hier unten ist der Übergang zum Lucin. Hier geht es richtig hoch und dann noch so ein beschissenes Kopfsteinpflaster. Jetzt muss ich erstmal schieben, hier geht gar nichts mehr. Wo sind die Anstiege? Na ja, schauen wir mal weiter. So, diese Schotterstrecke erstmal durchfahren, jetzt kommt erstmal ein Stück Asphaltstrecke. Das war jetzt sehr zermürbelnd, ist auch schon dreiviertel viel, so komme ich ja ganz langsam voran, würde ich erstmal gucken hier. Uferweg Kurröck, genau, bitte, guck mal auf der Karte. Und gleich wieder ein ewig sich langziehender Anstieg, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so, aber wenigstens asphaltiert. Meine Herren, der Tag schlaucht heute. Jetzt gehen wir nach Lichtenberg. Hallo. 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 Das ist die Ernte in vollem Gange da drüben, die Beeträcher. Jetzt rollt's. Ja, what? So, ich hab die Straße nach Woldeg erreicht. Gören heißt der Ort hier. Woldeg! Jawoll! Jetzt hatte ich Glück im Unglück. Ich habe in meiner kurzen Raucherpause eine gebrochene Speiche festgestellt. Zum Glück gab's hier einen Laden, blende ich mal einen. Die konnten mir ganz unkompliziert helfen, sodass ich jetzt nicht mal nach einer halben Stunde weiter kann. Sehr schön. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Laden. Hier ist er, der Helbter Berg. Die fühlen mich natürlich genau oben drüber. Von hier aus der Puste. 173 oder so. Ich blende es ein, falls das falsch ist. So, Fazit des Tages. Wir fahren heute so um die 60 Kilometer, bereichlich Höhenmeter. Aufzeichnung für Relife, halt leider vergessen. Hätte mich selber interessiert, wieviel Höhenmeter halt war. Speichenbruch. Aber mir konnte da schnell geholfen werden. Ein Beugast. Und einen Platz gefunden hier. Wird ja da eins hier ein bisschen Krach macht. Das sind die Mähdrescher, die aus der Richtung kommen. Die sind voll in der Ernte. Na gut, dann sag ich mal Ciao für heute. Da hinten geht gerade die Sonne unter. Und es hat angefangen zu regnen. Hier prasselt mittlerweile voll der Regen. Orkanartige Windböen. Aber zum Glück bin ich hier in dieser Hütte. Mein Zelt hier unten. Also nur das Gasezelt mit dem Schutz aufgebaut. Junge Junge. Das hatten sie aber nicht so vorher gesagt. Nichts, nicht so vorher. Wobei ich hier in der Hütte war. Untertitelung des ZDF, 2020